Zirbelnüsse Hallo, ich bin Brigitte von Topfroats und möchte euch heute unsere Bio-Zedernusskerne vorstellen. Man nennt sie auch Zirbelnüsse und die sind ein 100%iges Naturprodukt in Bio-Qualität und stammen aus Wildsammlung. Bei den Zedernüssen handelt es sich um die Kerne der Zapfen der sibirischen Zirbelkiefer. Die Zedernkerne werden in Wildsammlung nach traditionellen Methoden geerntet und dann kühl gelagert, bis die Zapfen aufgebrochen werden. Und dann werden die Zedernkerne geschält und schonend getrocknet, sodass sie auch Rohkostqualität haben. Die Zedernüsse haben ein zartes Waldaroma und sind reich an ungesättigten Fettsäuren und Aminosäuren und enthalten auch viele Mikronährstoffe. Zedernüsse schmecken sehr lecker, man kann sie einfach so pur ein bisschen knabbern oder mit anderen Nüssen mischen. Man kann sie in Backwaren verwenden oder zum Beispiel über Salate streuen oder auch als Beigabe bei einem Nussparmesan in Pesto verwenden. Ich wünsche euch viel Spaß damit!